Ganz leichte Sommerjacke, Meschgewebe, schön winddurchlässig, Protektoren links rechts logischerweise und hinten auf dem Rücken sind auch noch welche. Und das Schöne an der Jacke ist, die könnt ihr auch offen fahren, da gibt es nämlich hier im Endeffekt so kleine Schlaufen und dann könnt ihr also auch so damit fahren, ohne dass euch die Jacke ständig um die Ohren haut. Ist vielleicht auch jedem schon mal passiert, dass man einfach vergisst, den Blinker auszumachen. Eigentlich nervt es nicht nur den Hintermann, sondern es ist in vielerlei Hinsicht auch ein Sicherheitsrisiko. Also wir haben das tatsächlich öfters mal so in der Gruppentour, da fällt es natürlich dann extrem auf, wenn dann einer vor euch fährt, der ständig am Blinken ist. Die restlichen aus der Gruppe können gar nicht einschätzen, was er macht und ja, das macht es halt immer ein bisschen anstrengend, dann auch zu fahren. Gerade in der Gruppe musst du dich sowieso mehr sehr konzentrieren.